Herr Gabriel, herzlich willkommen zum Mazak-Gespräch kurz vor der Bundestagswahl zum Auftakt. Sechs schnelle Fragen mit der Bitte um sechs kurze Antworten. Was läuft eigentlich schief im Euro-Krisenland Spanien, wenn Real Madrid für einen einzigen Spieler, Gareth Bale, 100 Millionen Euro zahlt? Wenn ich mich richtig erinnere, läuft da unter anderem schief, dass solche Fußballclubs keine Steuern zahlen müssen oder es allzu oft erlassen bekommen. Aber scheinbar regt das heutzutage keinen mehr auf. Mich regt es auf. Geht es den Menschen noch nicht schlecht genug, dass sie zuhauf die SPD wählen oder was läuft bei uns in Deutschland beim Wahlkampf schief? Ehrlich gesagt wünsche ich mir nicht, dass es den Leuten schlecht geht, damit sie die SPD wählen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube, wir haben viel daran Anteil, dass es uns gut geht in Deutschland. Aber es kommen halt Herausforderungen auf uns zu. Fachkräftemangel, Thema Energiepolitik und vor allen Dingen, viele Leute arbeiten fleißig und haben wenig davon. Es gibt schon eine ganze Menge Menschen, die sich durch den Alltag kämpfen. Und da glaube ich, kann man mehr tun, Familien vor allen Dingen, das Leben leichter zu machen. Ist es ein Zeichen von sozialer Einsicht, dass Schwarz-Gelb kurz vor der Bundestagswahl den Hartz-IV-Satz für das Jahr, den Regelsatz für das Jahr 2014 um neun Euro erhöht? Ne, es ist einfach nur das Wissen, dass sonst das Bundesverfassungsgericht schnell wiederkommt. Die AfD, die eurokritische AfD, ist geprägt auch von rechter Infiltration und sie hat erstaunlich viel Geld für den Wahlkampf zur Verfügung. Ist die AfD für Sie eine lästige Konkurrenz oder vielleicht sogar ein Fall für den Verfassungsschutz? Ach, erstmal glaube ich, ist es relativ normal, dass in solchen Zeiten, wo auch viel Ärger über Europa existiert, dass es auch eine politische Partei gibt dazu. Ich hoffe, dass sie nicht in den Deutschen Bundestag kommt. Aber jetzt glaube ich, ist erstmal Wahlkampf und da muss man sich mit deren Argumenten auseinandersetzen. Und das finde ich auch gar nicht so schwer. Wieso sind Sie eigentlich gegen ein allgemeines Tempolimit von 130 Kilometern auf deutschen Autobahnen? Sie wissen, dass die SPD das mehrfach beschlossen hat. Dagegen ist Peer Steinbrück. Das darf er auch, weil es in der SPD auch viele gibt, die diesen Beschluss nicht gut finden. Wir sind ja kein monolithischer Haufen. Hat Peer Steinbrück nach der Wahl noch die Hosen an? Da bin ich ganz sicher, dass er nach der Wahl noch Hosen an hat. Da habe ich keinen Zweifel. Herr Gabriel, die SPD ist ein unzuverlässiger Euro-Rettungspartner, sagt die Kanzlerin. Daraufhin spricht der Kanzlerkandidat der SPD von zerstörten Brücken. Wie lange gilt diese Zerstörung, bis die Kanzlerin sich entschuldigt angesichts der Zustimmung der SPD zu fast allen Euro-Rettungsmaßnahmen? Jedenfalls muss Frau Merkel von allen guten Geistern verlassen sein, einen solchen Satz zu sagen. Sie ist auch relativ dreist, denn wenn jemand sich unzuverlässig gegenüber der SPD verhalten hat und übrigens auch gegenüber dem Deutschen Bundestag, dann Frau Merkel. Sie hat zwei Dinge getan. Sie hat den Deutschen versprochen, es gibt keine Haftungsunion, hat aber heimlich die Schuldenhaftungsunion über die Europäische Zentralbank organisiert. Das zweite ist, der Deutsche Bundestag hat gesagt, wir wollen keine dauerhafte Haftung des Steuerzahlers für marode Banken, die sich verspekuliert haben. Das haben wir sogar gemeinsam als Gesetz beschlossen. Und Frau Merkel hat in Brüssel das genaue Gegenteil mit ihren Staats- und Regierungschefs vereinbart. Wenn hier jemand unzuverlässig ist und zwar nicht als Behauptung im Wahlkampf, sondern nachgewiesen an ihrem Handeln und am gegenteiligen Beschluss des Bundestages, dann glaube ich eher Frau Merkel. Das Leben und die Rettung des Euros geht ja weiter, auch nach der Wahl, egal in welcher Konstellation. Damit man zwischen Union und SPD, in welcher Verantwortung auch immer nach der Wahl, gemeinsam Rettungspolitik betreiben kann, bestehen Sie dabei auf einer Entschuldigung der Kanzlerin für diese Kritik? Oder akzeptieren Sie, dass die CDU-Vorsitzende jetzt halt ein bisschen ruppig den SPD-Konkurrenten angegangen ist? Ich glaube nicht, dass es viel Sinn hat, sich von Frau Merkel eine Entschuldigung zu erbitten. Was wir fordern, egal in welcher Konstellation, ist, dass sich Frau Merkel ein deutsches Gesetz hält, mit ihrem Handeln in Brüssel, bei dem sie bereit ist, den europäischen und deutschen Steuerzahler auf Dauer für Banken haften zu lassen, verstößt sie gegen deutsches Recht und deutsches Gesetz. Und das werden wir auf gar keinen Fall mitmachen. Sie will, dass auf Dauer Banken bezahlt werden, wenn die sich verspekuliert haben aus Mitteln des deutschen und europäischen Steuerzahlers. Das halte ich für wirklich skandalös. Und es passt zu ihrem Spruch, dass sie für eine marktkonforme Demokratie ist. Wir wollen das genaue Gegenteil. Wir wollen demokratiekonforme Märkte. Sind Sie froh, dass es jetzt doch noch zu einem auch Europawahlkampf kommt? Vielleicht nutzt das ja am Ende auch der AfD. Und Schwarz-Gelb scheitert vielleicht ganz knapp, dank vieler Prozente für die AfD. Ich glaube nicht, dass wir wegen der AfD sozusagen einen Wahlausgang zu erwarten haben. Klar ist, im Wahlkampf muss über das geredet werden, was wichtig ist für Deutschland und für Europa. Und dazu zählt natürlich die Frage, will man eigentlich, dass auf Dauer Banken für ihre Spekulationen vom Steuerzahler bezahlt werden, oder will man es nicht? Und wir wollen es nicht. Das hat Peer Sternberg heute übrigens noch einmal sehr deutlich im Deutschen Bundestag gesagt. Nochmal fürs Geschichtsbuch, und weil ich es nicht so ganz verstanden habe, mit welchem Flügel der Linkspartei will die SPD des Sigmar Gabriel im Fall des Falles koalieren. Ich glaube, dass die Linkspartei sich entscheiden muss, welche Partei sie sein will. Mit einem Flügel kann man nicht koalieren. Das ist ja gerade das Problem, warum es keine Koalition mit der Linkspartei nach dieser Bundesauswahl geben kann, weil die so viele Flügel hat. Sie müssen doch ein Land wie Deutschland verlässlich führen können, wenn Sie nicht wissen, ob sozusagen das, was Sie Montagmorgen verabredet haben, Montagabend von dem anderen Flügel der Partei wieder gekippt wird. Können Sie keine verlässliche Regierung bilden. Das Problem der Linkspartei ist, dass sie zwei bis drei Parteien in einer sind. Und Gregor Gysi hat ja mal, von dem stammt ja der Spruch nicht von uns, dass diese Teile der Linkspartei sich gegenseitig hassen. Die Linkspartei muss mal klären, welche Partei sie sein will. Und solange sie das nicht tut, kann man mit ihr auch keine Bundesregierung bilden. Bis zu welchem Jahr gilt denn dieses Verdikt? Bis Lafontaine nicht mehr lebt oder bis der letzte SEDler die Linkspartei verloren hat? Sie machen es nicht, wenn ich das sagen darf, zu einfach. Es geht nicht um ein Ja, es geht nicht um Personen, es geht um eine Klärung. Welche Partei soll das sein? Eine pragmatische von mir aus linkssozialistische Partei, wie sie häufig im Osten ist, da ist sie übrigens manchmal ganz schön konservativ. Oder will sie ein Sammelbecken sein, wo wie im Westen auch alle Sektierer, alle SPD-Hasser dieser Welt ihre Heimat finden? Mit denen kann man nicht regieren. Gucken Sie, Oskar Lafontaine steht für eine Gruppe, die dort erklärt hat, wie Kai aus der Kiste, sie wollen, dass Deutschland aus dem Euro austritt. Ich meine, wie soll man damit eine Regierung bilden? Die Linkspartei muss klären, welche Partei sie sein will. Wenn sie das gemacht hat, dann kann man über Zusammenarbeit reden. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass sie das wollen. Sollte eigentlich Angela Merkel das Stasi-Konvolut, das über Angela Merkel in ihren frühen Jahren existiert, öffentlich machen, so wie Peer Steinbrück jetzt seine Einträge öffentlich gemacht hat? Ich habe keine Lust, über irgendwelche Stasi-Akten von Angela Merkel nachzudenken. Das hat mit der Zukunft Deutschland nichts zu tun. Wichtiger wäre, dass Frau Merkel öffentlich macht, wie sie eigentlich zur Mietpreisbremse steht. Da sagt sie einmal ja, stimmt im Bundestag aber dagegen. Wichtig wäre zu wissen, was hat Frau Merkel vor bei der Syrien-Frage? Da hat Herr Westerwelle erst erklärt, man muss jetzt diesen Militärschlag machen, jetzt auf einmal nicht mehr. Wichtiger wäre zu wissen, was will Frau Merkel wirklich bei der Pflege tun? Was will sie wirklich tun beim Thema Mütterrente? Da kündigt sie Dinge an, die sie schon vor vier Jahren angekündigt hat und nicht gemacht hat. Das interessiert mich wesentlich mehr. Zu welchem Militärschlag gegen Assad und dessen Chemiewaffenarsenal sagt die SPD eigentlich ja? Ich glaube, dass ein Militärschlag gar nichts bringt, wenn sie hinterher das Morden und den Krieg fortsetzen. Deswegen ist es ja, das ist der große Unterni zu Srebrenica. Damals ging es darum, einen Krieg zu beenden. Jetzt geht es darum, ein paar Tage lang Bomben nach Damaskus zu schicken. Danach geht das Morden weiter. Das ist ja keine Politik, sondern da wird eine Scheinstärke signalisiert. Richtig wäre, alles, aber auch alles dafür zu tun, die Russen davon zu überzeugen, dass sie einem Waffenstillstand zustimmen. Und den kann man nur erzeugen, wenn Assad aus Russland keine Waffen mehr bekommt. Da scheint es ja Bewegung zu geben. Aber was nützen Bomben auf Damaskus, wenn danach die Schiffe wieder nach Hause fahren und das Morden weitergeht. Braucht die Bundeswehr eigentlich, die an der türkisch-syrischen Grenze mit den Patriots stationiert ist, ein neues Mandat, einen neuen Bundestagsauftrag, wenn es zu einem Militärschlag kommt, bei dem die Türkei eine aktivere Rolle spielt? Solange die Bundeswehr nicht selbst in solche Konflikte verwickelt werden soll, sehe ich diese Notwendigkeit nicht. Aber natürlich wird man auch den Einsatz deutscher Soldaten im Hinblick auf die Entwicklung dort unten immer neu beurteilen müssen. Das ist jetzt ein bisschen eine Glaskugel, in die wir hier schauen wollen. Ich gehe davon aus, das merkt man ja, Großbritannien, USA, dass die Debatte erst mal fortgesetzt wird über die Frage, was sind eigentlich die Alternativen. Und ich finde, Peer Steinmöck hat völlig recht. Das Zitat von Helmut Schmidt muss es auch jetzt leiten. Besser 100 Stunden verhandeln, als eine Stunde schießen. Sind eigentlich 30 Prozent als Wahlergebnis für die SPD als Volkspartei nicht angesichts der deutschen Geschichte ein Minimalziel? Ja, ich meine, wir hatten beim letzten Mal 23 Prozent. Und jetzt über 30 zu kommen, wäre ein Riesensprung nach vorne. Ich meine, es nützt auch nichts, sich die Mail zu malen. Ich würde mir auch wünschen, es sei anders. Aber Mitte links haben sie drei bis vier Parteien, Mitte rechts anderthalb. Das ist der Grund, warum die CDU, CSU prozentual stärker ist und Mitte links einfach mehr Parteien da sind, von denen die SPD nach wie vor die stärkste ist und auch bleiben wird. Die SPD ist das strategische Zentrum einer Mehrheit diesseits der Union. Und das bleibt auch so. Egal mit wie viel Prozent? Ja, ich glaube, dass wir zulegen werden. Ich glaube, dass wir eine große Chance haben, auch über 30 zu kommen und beim nächsten Mal, bei der nächsten Bundestagswahl es noch weiter ausbauen können. Ich meine, ich bin ja auch zu lange dabei, um zu glauben, dass man von 23 Prozent 2009 auf 43 Prozent im Jahre 2013 kommt. Das ist doch albern. Gehen Sie eigentlich von Bord nach dabei? Also ich gehe höchstens an Bord. Ich bin nämlich Segler und habe lange nicht mehr gesegelt und hoffe, dass ich das mal irgendwann wieder schaffe, mehr Zeit dafür zu nehmen. Wenn es um Macht geht, ist Gabriel alles zuzutrauen. Was ist eigentlich falsch an dieser Einschätzung von FDP-Generalsekretär Patrick Döring? Ja, so ziemlich alles. Erstens geht es in der Politik, in einer Demokratie nicht um Macht, sondern ums Regieren. Dieser Spruch von, wir sind an der Macht, den werden Sie von mir nie hören. Wir sind höchstens an der Regierung. Das ist auch gut so. Und das Zweite ist, ich meine, ausgerechnet ein FDP-Politiker wirft einem anderen zu vor, er würde sozusagen alles tun. Ich meine, das nach den letzten vier Jahren ja fast schon Realsatire. Also von daher, Herr Döring muss wissen, mit was er am lautesten im Wald pfeifen will. Von mir aus auch mit solchen Sprüchen. Herr Gabriel, Energiepolitik war früher, begann mal so als Ökopolitik. Mittlerweile ist allen klar, das ist auch eine wichtige Industriepolitik, ist eine Standortfrage. Das vorausgesetzt, spricht doch eigentlich alles dafür, sollte die SPD in Regierungsverantwortung kommen, dass dieses klassische Industrieministerium auch von der SPD beansprucht werden sollte. Das wird sicher auch so sein. Ich glaube, dass wir nicht nur über Industrie reden, wir reden auch über Mittelstand, wir reden über die Bürgerinnen und Bürger. Die Energieversorgung ist das Herz-Kreislauf-System der deutschen Wirtschaft. Und die jetzige Regierung hat sozusagen am offenen Herzen operiert und hat innerhalb von sechs Monaten die Operationsdiagnose gewechselt und die Therapie. Erst sollten 14 Jahre die Atomkraftwerke verlängert werden, dann wollte man schneller aussteigen. Wer sowas macht, dass der Patient noch lebt, das liegt nicht an der Ärztekunst dieser Regierung, sondern an der guten Konstitution des Patienten. Viele Länder der Erde wären schon längst in die Knie gegangen. Und wenn wir jetzt nicht endlich diese Energiewende planvoll vollziehen und nicht so anarchistisch wie das CDU, CSU und FDP gemacht haben, das sind ja wirkliche Energieanarchisten, dann, glaube ich, wird das zu einer Riesengefahr für den Wirtschaftsstandort Deutschland, vielleicht die größte neben den Fachkräften machen. Und wieso sollte die SPD das Ressort beanspruchen? Ich glaube, dass wir zwei Dinge nicht tun. Wir sind nicht blind wie CDU, CSU und FDP, aber auch nicht blauäugig. Sondern wir haben eine relativ klare Haltung, wie man das machen muss. Wir haben auch gute Vorschläge. Übrigens, kein grüner Minister wäre jemals so unverantwortlich mit der Energiewende umgegangen, wie das Konservative und Liberale gemacht haben. Ist Rot-Grün für Sie eigentlich eine zeitlich begrenzte Regierungsoption? Immer. Immer wenn man regiert, regiert man für vier Jahre. Dann kommt der Wähler und dann wird man sehen, ob man nochmal regieren darf. Naja, aber so Träume von einem Gesellschaftsprojekt mit den Grünen, mit dieser FDP, können Sie sich doch auch nicht vorstellen, in den nächsten 20 Jahren wieder mal zu koalieren, so wie die gestrickt ist. Nein, wenn die FDP so bleibt, wird sie auch irgendwann verschwinden. Sie ist ja nur noch ein Annex der CDU. Und ich meine, die Grünen haben einfach die Chance ergriffen, das Vakuum in unserer politischen Landschaft, dass es keine liberale Partei mehr gibt, im besten Sinne des Wortes, zu ersetzen. Und mit den Grünen verbindet uns kein Generationenprojekt und auch keine Liebesheirat, wie das ja von Merkel mit Herrn Westerwelle mal gemacht hat. Man muss immer aufpassen mit solchen Begriffen, weil man schnell merkt, in der Liebe ist das halt manchmal ziemlich wechselhaft. Sondern wir haben einfach mit denen die meisten Gemeinsamkeiten. Und solange das so ist, ist das unser gewünschter Koalitionspartner. Sie wollen keine große Koalition, haben Sie mehrfach gesagt und auch andere von der SPD. Gibt es aber den wenigstens Klartext zur Person Angela Merkel, so nach dem Motto, nie wieder mit der. Ja gut, dafür führen wir gerade einen Wahlkampf. Die Voraussetzung war große Koalition. Eine große Koalition wollen wir nicht, das haben Sie ja selbst gesagt. Sie wollen sie nicht, aber es könnte ja sein, dass sie müssen. Ist dann der Minipreis nie wieder mit Angela Merkel. Der Minipreis ist, dass man vernünftige Politik macht. Ich glaube, darum geht es. Es geht doch nicht darum, was Politiker sich erhoffen, erwünschen. Das ist ja das, was mich in der Medienwelt heute häufig stört. Da wird nur noch über die Politik der Politik geredet. Darum geht es doch den Menschen gar nicht. Die Leute wollen wissen, kriegen meine Kinder nach einer guten Ausbildung im Studium endlich wieder einen festen Job? Wird Arbeit vernünftig bezahlt? Wie gehe ich damit um, wenn meine Eltern pflegebedürftig werden? Wer hilft mir da eigentlich? Müssen wir ständig damit rechnen, dass Geld für marode Banken ausgegeben werden? Oder haben wir auch Geld für unsere Kitas und für unsere Straßenenergiesysteme? Wie teuer wird der Strom? Darüber muss man in Koalitionsverhandlungen reden. Der Rest ist doch sozusagen den Menschen relativ egal. Es geht doch nicht darum, wer, sondern welche Politik gemacht wird. Wieso ist eigentlich wichtig, dass der SPD-Parteikonvent unmittelbar nach der Wahl zusammentritt? Weil es bei uns in der Satzung steht, dass wir nach wichtigen oder vorwichtigen Entscheidungen die Partei beteiligen. Denn früher war das auch in der SPD so wie in den anderen Parteien, dass eine kleine Gruppe im Vorstand, manchmal noch weniger in der engeren Parteiführung, Entscheidungen getroffen haben. Das haben wir in einer langen Debatte bei uns die gesamte Satzung verändert. Bei uns gibt es viel mehr Mitgliederbeteiligung. Wir haben ein Wahlprogramm aufgestellt unter der Beteiligung von 40.000 Menschen. Da waren noch nicht mal alle SPD-Mitglieder, sondern wir haben gesagt, wir öffnen die Partei, soll weg von dieser Hinterzimmer-Mentalität. Wir haben jetzt das 100-Tage-Programm, haben wieder 20.000 Menschen teilgenommen an der Formulierung des Programms übers Internet. Und dazu gehört auch, dass bei wichtigen Entscheidungen die Partei Basis bei uns mitzureden hat. Sie müssten mich eigentlich fragen, wenn ich es nicht machen würde, wieso ich eigentlich zurück in die Hinterzimmer-SPD will. Hat dieser Parteikonvent auch das Recht und die Pflicht, im Lichte der Ereignisse dann die, sollte sie sich stellen, die Koalitionsfrage grundsätzlich zu diskutieren und auch grundsätzlich eine Weichenstellung den handelnden Personen an der Spitze an die Hand zu geben? Der Konvent hat jedes Recht. Das ist das Gremium zwischen den Bundesparteitagen, das sozusagen Beschlusskraft hat. Das war früher anders, da durften die das nicht. Und das Recht der Mitbestimmung bei der Koalitionsbildung, so sie notwendig ist oder machbar ist, sollte er sich auch nehmen. Ja und bei solchen Fragen werden ja am Ende, das wird ja nicht anders sein, auch Parteitage zu entscheiden haben. Auch das entscheidet, ist ja nicht was ganz Neues, sondern was ganz Normales. Zum Abschluss wüsste ich einfach gern, ich weiß es nicht, wie Ihre Selbsteinschätzung aussieht. Glauben Sie, sind Sie ein beliebter Parteivorsitzender? Das müssen Sie die Mitglieder der SPD fragen. Gar keine Vermutung? Ich hoffe, dass ich meine Arbeit gut mache und mein Eindruck ist auch, dass das die Mitglieder der SPD so empfinden. Aber das ist ja irgendwie komisch, wenn Sie mich das fragen, müssen Sie andere Leute fragen. Schade, Sie hätten ja sagen können, ich bin unbeliebt, das weiß ich. Nö, das glaube ich nicht und mit sowas spielt man nicht. Okay, herzlichen Dank, Herr Gabriel. Ja, bitte.